Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine dreiteilige Bewerbungsmappe richtig einsortieren kannst, wenn du zum Beispiel verschiedene Dokumente wie Zeugnisse, Deckblatt oder auch das Bewerbungsanschreiben hast. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Eine dreiteilige Bewerbungsmappe ist einfach das hochwertigste und vor allem auch edelste für eine Bewerbung. Aus diesem Grund zeige ich es auch anhand von dieser Mappe einmal. Zuerst einmal müssen wir unsere Bewerbungsmappe einmal öffnen und dann können wir hier auf der rechten Seite schon die erste Seite sehen, wo wir auch was einfügen können. Da die erste Seite einfach die wichtigste ist, kommt hier das sogenannte Bewerbungsschreiben bzw. Anschreiben hinein. Das kann man bei dieser Mappe jetzt am leichtesten machen, indem man hier oben einmal diesen Clips leicht nach oben klappt, dann das Papier ganz leicht faltet und unten in diese zwei Clips hineinbringt. Wenn hier auf der rechten Seite jetzt übrigens kein freies Feld wäre, dann sollten wir es natürlich hier auf der linken Seite einbringen, dass man das Anschreiben einfach von Anfang an sieht. Doch jetzt einmal weiter im Text. Wir öffnen unsere Bewerbungsmappe einmal weiter, haben hier noch ein weiteres Feld und hier auf der rechten Seite noch eins. Da wir natürlich von links nach rechts lesen, sollte hier jetzt das zweitwichtigste reinkommen und das ist in unserem Fall auf jeden Fall der Lebenslauf. Hier habe ich auch noch die Besonderheit mit aufgefügt, dass wenn du zum Beispiel ein Deckblatt mitverwendest, dann sollte dieses Deckblatt, wo meistens ja auch dein Bild mit drauf ist, auf jeden Fall vor dem Lebenslauf eingefügt werden. Ich gebe diese zwei Dokumente jetzt also einmal schön sauber zusammen und dann kann ich diese auch schon von hier oben in meine Bewerbungsmappe einschieben. Sollte natürlich darauf aufpassen, dass es nicht irgendwie zerknickt. Das Deckblatt und der Lebenslauf dahinter sind also schon an der richtigen Stelle und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite nochmal eine Seite frei, wo jetzt einfach die restlichen Zeugnisse bzw. Anlagen auch noch mit drauf kommen. Hierbei ist wichtig zu sagen, Zeugnisse, da sollte das Aktuellste und vor allem auch Wichtigste ganz vorne stehen. Also wenn du zum Beispiel dein Abitur gerade gemacht hast, das Gymnasium bzw. Abiturszeugnis ganz vorne hinbringen und dahinter einfach nicht ganz so wichtige Dokumente, wie zum Beispiel irgendwelche Praktikumsbescheinigungen oder auch zum Beispiel Fortbildungen. Diese gebe ich jetzt auch wieder von oben einfach mal in meine Bewerbungsmappe hinein und somit haben wir unsere Bewerbungsmappe jetzt auch schon richtig einsortiert, was bei der entsprechenden Firma natürlich schon mal super ausschaut. Um jetzt den perfekten ersten Eindruck zu machen, sollte man auf jeden Fall nur hochwertige Materialien wie zum Beispiel ein relativ dickes Papier verwenden. Wenn du dir für zu Hause jetzt also solche Bewerbungsmappen hier eine Versandtasche in der richtigen Größe oder auch ein etwas dickeres Papier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.